Willkommen an Bord. Moin. Danke. Geht's gleich los? Ja, wollen wir mal gucken, wa? Gut. Soll ich nach rechts oder nach links? Anche, auf dem Schiff gibt's kein rechts und links. Rechts ist Steuerbord und links ist Taktbord. Ach so. Ja, MCC Bremen. Hier ist Hermann Helms. Hermann Helms möchte eine Kontrollfahrt machen und hat die Anche vom Disney Club an Bord. Gebt ihr euer OK dazu. Over. Die Hermann Helms, MRCC. Jörg, von hier kein Einwand. Danke. Tschüss. Das Schiff ist jetzt unsinkbar, ja? Das ist nicht unsinkbar, aber es ist natürlich unheimlich festgebaut. Also wir sind jetzt einigermaßen sicher, ja. Wir sind sehr, sehr sicher. Am sichersten. Was ist denn so der schwerste Einsatz gewesen überhaupt? Einsatz sind alle schwer. Es kommt ja immer dann der Moment, wo die anderen sich nicht mehr helfen können, müssen wir hier kommen. Was hat das Schiff alles? Das Schiff, das ist ein sehr gutes Schiff. Erstmal hat es sehr viel PS, damit es sehr schnell ist und wendig. Dann hat es zum Retten von Menschenleben die entsprechende Geräte, dass wir Leute aus dem Wasser fischen können. Dann haben wir eine medizinische Notfallausrüstung, womit wir erste Hilfe leisten können. Die sind in der Regel unterkühlt, um auf brennenden Schiffen Leute zu retten. Dafür haben wir zwei große Feuerlöschmonitore. Das ist nicht schlecht. Darf ich das mal ausprobieren? Das ist nicht schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020